Mein Name ist Rebecca Mier und ich werde Sie heute durch den Abend begleiten. Sie sehen den besten Nachwuchsdesigner Deutschlands. Mit wirklich ganz unterschiedlichen Kollektionen und wie unterschiedlich die Designer sind, können Sie am besten nochmal im Best-Gradient-Magazin nachlesen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wundervollen und inspirierenden Abend und freue mich gemeinsam mit Ihnen auf den besten Designer des Jahres. Auf Wiedersehen! . . . . . . . . . Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.